hallo minecraft willkommen zur zweiten folge minecraft sky factory wir bauen hier mal weiter unser holz ab wir bauen ja einen haufen holz eigentlich erstmal bzw warte mal den lasse ich mal noch wir müssen erst mal gucken was wir hier machen können ganz ich mal hier mit rein haben wir schon eine größere fläche ich brauche so wie heißt dieses komische crock ich hab das mal so geht es ja und es müsste ja eigentlich so damit kann man ich war immer mal die lautstärke glaube ich 20 ist denn durchaus ausreichend da oben ist die welt die erte mit mond die ich mit media zusammengespielt und weiß ich gerade gar nicht mehr ja vier silks ist ja hammer ist ja hammer geile platziert voll platziert habe ich was ist denn die man da will auch noch ich dachte ich krieg die plattform komplett größer das ist mir auch schlecht das mit diesem abgestürzten raumschiff wie hieß denn das ich weiß nicht mehr ist ja auch nicht so wichtig wichtig ist dass wir jetzt erstmal die plattform ein bisschen erweitern dass wir gucken dass wir weitere erde kriegen das heißt dazu muss man wahrscheinlich irgendwie eine schere bauen wie mit eisen jahre aber wo kriegt man das eisen her das wird alles sehr interessant werden auch wo ich die lager und alles überhaupt her kriegen soll das weiß ich noch gar nicht ach das kann ich selber machen das habe ich ja schon gemacht das nicht das auch nicht das auch nicht muss ich das nur so machen kraft ist tief collect rainwater in opel und saplings in den roten crucible ja das heißt wir müssen alles über 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 erde machen sich gerade seinen dass sie mit dem kurs construct tools von bauern und flint mit und flinten wo kriegt das her und kristall mein gott da habe ich mir wieder was getan hier kann ich zu den anderen welten gehen ja also sind es andere welten oder ist es alles nur design und kann was ist das was ist denn das was kann ich hier machen ein leeres geld das ist toll aber wir müssen auf den baum warten hoffentlich kommt der bald der erste tag ist eigentlich schon rum tag 1 steht links oben ich hoffe mal die bäume wachsen hier relativ flott wir müssen so viel machen wie geht denn ein und geht ja gut da wird man gleich mal welche machen mit dem nächsten holz im weil wir wissen ja nicht wann es regnet und wenn ich jetzt ewig warte ach ich kann das auch aus einem lud bekriegen ok jetzt habe ich es kapiert ich habe mich gewundert weshalb das hier so was da nicht das doch ne was denn das chains isosa hedron oh gott taumium ax name tag taumann vormanoi com in musik disk disk na ist gerade schon spät ich nehme für heute die folge auf kommen wir wieder bock irgendwie ich weiß auch nicht deshalb und würfel gibt es auch und wofür brauche ich denn jetzt ist wieder so eine regenbogen da können wir wachsen bitte wir müssen ja irgendwo irgendwie überall hinkommen na sehr schön ich bin mir nicht sicher ob es nicht noch irgendeine andere möglichkeit gibt aber immer 만든 ban von 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 und wir haben schon 50 würmer sich war uns ja quatsch wir brauchen erst so davon so in drei augen und die stämme jetzt mal hierhin und dann können wir eigentlich schon wir kompostieren gerade den ersten block zuerst der erste laub über die saplings ok da kriecher relativ viele raus man kann den ersten block aus laub das ist gut das ist gut das brauchen wir immer ein schlückchen sehr gut mal jetzt keine schleichwerbung ich sage euch nicht was ich trinke aber es war eine dose so 90 90 90 90 90 90 60 90 90 100 so rechtsklick mit rechtsklick das zeug daraus was mache ich den drei ich glaube ich mache ich so eine so eine lagerstätte nur wieder auf dem auf dem sapling warten der sapling ist nämlich einfach zu langsam so mache ich den menschen hier wie oxid normal und den kommenden das heißt ich muss jetzt einen so einen komischen baum infizieren mit den silkswürmern muss ich glaube ich irgendwie auf den auf dem ast drauf auf dem laub drauf machen und dann cool wieder in der hand darum rum läuft und dann infizierte also ich infiziere den baum glaube ich indem ich den silkswürmer auf so ein so ein blatt drauf mal so viel ließ und dann verbreitet sich der auf kompletten baum kann ich eigentlich in das fass rein das wäre cool kann ich mich selber kompostieren also ja am anfang leute ihr kennt es von skyblocks entweder ist es viel kappel stone fahren oder viel holz farmen oder warten dass der sapling wächst und so auch hier ist ein bisschen langweilig für euch glaube ich aber das wird sie in der nächsten zeit ändern du was ist denn da hat gerade so eine komische aura gehabt der ist gerade so grün geworden habt ihr das gesehen dazu grüne punkte von sich gegeben nein ich habe nichts getrunken also nichts alkoholisches und ich hätte gerne noch den einen baum bitte wachs vielleicht wenn ich nicht hingucken ich muss sagen ich habe gerade so ein bisschen lust also wir haben jetzt gleich ein uhr und ich habe wirklich gerade eben was aufzunehmen deshalb sitze ich hier noch ich war gerade beim da training naja lief heute nicht ganz so gut aber es war ok und jetzt warte ich hier auf den seitling achsel voll idiot das kann nur ich so was kann nur ich ich hätte gern baumiel aber ohne mile ein kleinst pulver reiße mutter fag dass ich das auch ein pulver reiße feier mich mitschick also das sind dinge die habe ich noch nie gehört da weiß ich gar nicht wo mir weg wenn ich das kleine aber wo kriege ich denn bitte sind das und kriege ich denn bitte das her ich hätte gern auch gewusst was das würden für eine maschine ist warum kriege ich denn manchmal ähm krusher 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 krono ne hä na ist ja komisch ist ja jetzt auch egal weil wir sind schon bei 17 minuten ich werde jetzt hier die folge beenden und äh ja ich habe nicht viel gemacht ich habe drei fässchen gebaut äh fünf äh hier silkworms gekriegt und ein apple und ein ei nicht aber das ist ja auch egal wir werden dann nächstes mal hier weiter bauen vielen dank fürs zuschauen bis dahin ciao minecraft